Like jetzt innerhalb von 5 Sekunden dieses Video, wenn du auch gehypt bist, auf das Fortnite Shadow Legends Pack. In meinem eigenen Shop findest du coole T-Shirts jetzt für den Sommer oder auch coole Caps, die dich vor der Sonne schützen. Oder natürlich auch eben coole, extrem gemütliche Hoodies für den Winter, der ja auch schon bald wieder kommt. Aus dem Grund schaue doch jetzt gerne mal in die Videobeschreibung und klicke auf den Link reapersclosing.com, dann kommst du direkt zum Shop und dann kannst du dir das Ganze mal anschauen. Übrigens gibt es die 100€ Gewinnspielauflösung von meinem Merch morgen in dem Video. Es gibt ein neues Shadow Legends Pack und wie du dieses bekommen kannst, zeige ich dir in dem heutigen Video. Nun viel Spaß! Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich zu einem weiteren Fortnite Season 9 Sommer Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um das neue Fortnite Shadow Legends Pack, welches wir jetzt erhalten werden und ich zeige dir in dem heutigen Video auch schon, wie du dieses bekommen kannst. Aus dem Grund bleibe jetzt unbedingt dran, denn das Pack ist wirklich hammermäßig. Das ist in meinen Augen das beste Legends Pack, welches wir bisher hatten. Daher lohnt es sich jetzt dran zu bleiben und bevor wir jetzt starten, lasse einen Like da auf diesem Video, wenn du genauso gehypt bist wie ich auf das Fortnite Shadow Legends Pack. Hinzu vergiss jetzt nicht unter diesem Video meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wäre eine richtige Ehrenaktion, wir stehen kurz vor den 200.000 Abonnenten, daher wäre es auch wirklich eine Ehrenaktion von dir, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilst. Einfach mal ein paar WhatsApp Gruppen oder so, ich meine das Shadow Legends Pack, das interessiert bestimmt auch deine Freunde. Aus dem Grund teile das Video doch gerne und rechts neben dem Abonnierbutton kannst du auch gerne die Glocke aktivieren. Wenn du ein absoluter Ehrenmann bist, trägst du auch noch den Crater Code bei ReapersYT in deinen Fortnite Gegenstandshop ein. Wäre richtig nice, würde ich mich darüber freuen. Und jetzt starten wir aber auch schon mit dem neuen Fortnite Shadow Legends Pack. Schreibe mir übrigens mal in die Kommentare, wie warm es bei dir draußen ist. Also einfach mal die Gradzahl in die Kommentare, würde mich einfach mal interessieren, denn bei mir ist es wirklich absolut nices Wetter, richtig schön warm draußen. Daher bin ich gespannt, wie warm es bei dir ist. Nun legen wir aber auch direkt schon los mit dem Fortnite Shadow Legends Pack. Und zwar hatten wir in der Vergangenheit ja schon zwei ganze Legends Packs. Einmal das Frozen Legends Pack und einmal das Lava Legends Pack. Die beiden Packs sollte eigentlich jeder kennen. Das Frozen Legends Pack kam in der Season 7 und in der Season 8 kam dann das Lava Legends Pack. Und jetzt haben wir die Season 9 und bisher hatten wir noch gar keinen Legends Pack. Doch jetzt ist es soweit. Wir haben das Fortnite Shadow Legends Pack heute mit Patch 9.30 erhalten, beziehungsweise wurde es in den Spieldateien gefunden und jetzt komplett geleakt. Es wurde ja schon anfänglich so ein bisschen geleakt und diskutiert darüber. Aber jetzt steht das Ganze fest. Es ist in den Spieldateien. Daher werden wir es auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen erhalten. Warum Epic Games genau Shadow Legends Pack genommen hat in der Season 9, obwohl es gar nicht zum Thema passt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das hier die drei Skins, die im neuen Fortnite Shadow Legends Pack sind. Die wurden soweit so schon geleakt und ich muss sagen, das sind wirklich hammermäßige Skins. Die drei Skins gibt es natürlich schon. Das eine ist der Star Cloaker Skin, glaube ich. Das linke mit der Leggings ist dieser eine V-Skin oder so. Ich kenne die Namen leider nicht und in der Mitte den Skin eigentlich haben wir auch schon. Rechts sehen wir dann noch eben eine Lackierung, die natürlich auch dazu passend ist. Und wir sehen eben auch einen Rucksack, den wir derzeit auch schon haben. Ich meine, im Season 8 Battle Pass hatten wir diesen Rucksack. Allerdings bin ich mir da auch nicht so ganz sicher. Darunter sehen wir auch nochmal so einen Schädelkopf Rucksack, glaube ich. Und ansonsten ist das soweit das Fortnite Shadow Legends Pack. Sieht in meinen Augen wirklich hammermäßig aus. Und vor allem eben dieser Star Cloak Skin sieht richtig, richtig geil aus. Sieht wirklich aus wie so aus dem Mittelalter. Kennt ihr diesen einen, der die Achse immer hat und den Leuten den Kopf abgehauen hat? Genau so sieht der aus für mich. Auf jeden Fall ein richtig nice Pack. Die weißen Akzente sind auch einfach nur mega, mega nice. Sie leuchten einfach. Also top Pack. Jetzt kommen wir dazu, wie man denn dieses Pack bekommen kann. Und zwar wird das Pack eben vermutlich jetzt in den nächsten Tagen kommen. Das Ganze ist jetzt in den Spieldateien. Und immer wenn was in die Spieldateien kommt, dann kommt es auch in den nächsten Tagen. Aus dem Grund einfach jetzt noch ein paar Tage gedulden. Dann kommt das Ganze in den normalen Shop. Ich werde euch dann natürlich darüber informieren, sobald das Ganze richtig da ist. Und das Pack wird dann 20 Euro kosten. Genauso wie das Lava Legends Pack oder das Frozen Legends Pack. Bedeutet, das Ganze wird nicht kostenlos sein. Aber ich denke mal, das habt ihr euch eh schon gedacht. Also man muss dafür zahlen. 20 Euro. Aber ich finde für drei Skins, eine Lackierung und zwei Backpacks kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Sollte man sich gönnen. Schreib mir doch gerne mal jetzt in die Kommentare, ob du dir das neue Fortnite Shadow Legends Pack kaufst für 20 Euro. Würde mich mal interessieren. Ansonsten war es das jetzt auch schon mit den Informationen zum Fortnite Shadow Legends Pack. Wie gesagt, das Ganze würde in den nächsten Tagen kommen. Also einfach gedulden. Nun bin ich aber an der Stelle raus. Vergiss nicht jetzt ein Like auf dieses Video da zu lassen, wenn du gehypt bist auf diese drei krassen Skins. Auf diese neue Lackierung, auf diesen krassen Rucksack und auf den zweiten krassen Rucksack. Hammer mäßiges Pack. Jetzt bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Vergiss nicht jetzt noch ein Abo zu droppen, wenn du es noch nicht getan hast. Und vergiss nicht rechts daneben unbedingt die Glocke zu aktivieren, damit du direkt eine Benachrichtigung bekommst von meinen Videos. Ich bin raus. Dankeschön fürs Zuschauen. Dein Reapers. GBO. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.